Beziehungsdramen, Zeitreisen und mysteriöse Entführungen. Ist die Serie Dark ein Geniestreich made in Germany oder doch einfach nur der schlechte Stranger Things? Das klären wir heute in ihrem Podcast für Serienschauer mit Niveau. Herzlich willkommen zu Reingeschaut. Reingeschaut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal muss ich eine Spoilerwarnung für die erste Staffel von Dark aussprechen. Für die zweite nicht, kein Problem. Wobei, wir werden heute nicht sprechen. Ich habe mir alle zehn Folgen angeguckt, genau wie mein Gast heute. Hallo Tamara, schön, dass du den Weg hier ins Studio gefunden hast. Danke, dass ich hier sein darf. Wir klären mal ganz kurz die Grunddaten. Die Serie hat zehn Folgen. Die erste Staffel ist schon ein bisschen her, dass sie rausgekommen ist. 2017 war das, im Dezember. Wir haben uns aber den Hype um die zweite Staffel mal zum Anlass geguckt. Und ja, mal reinzuschauen in Dark, erste Staffel. Und das Besondere ist ja auch ein bisschen, es ist eine Serie made in Germany, was nicht viele Netflix-Serien sind. Wurde gedreht, glaube ich, in Brandenburg und dann auch diese Höhle irgendwo im Harz. Also ich persönlich war gespannt. Das war die zweite deutsche Netflix-Produktion, die ich geguckt habe. Hattest du schon mal irgendwas anderes aus Deutschland geguckt? Davor eigentlich nur diese typischen RTL-Serien, aber gut. Also ich fand die auch nichts im Vergleich zu Dark auf jeden Fall. Kann ich dich vielleicht fragen, wie bist du darauf gestoßen, auf die Serie? Ich habe tatsächlich davor den Film erst wieder da geguckt mit Oliver Masucci, der den Ulrich spielt. Und Netflix hat mir das dann empfohlen, weil ich natürlich diesen Schauspieler dann gesucht habe. Und dann bin ich auf die Serie gestoßen. Okay, bei mir so ist, ich glaube, keine andere Serie wird mir so häufig empfohlen wie Dark. Echt? Und da habe ich gedacht, nämlich nur was zum Anlass, die mal für den Podcast zu gucken. Fangen wir mal an bei Folge 1. Beginnt ja damit, dass sich der Vater von Tom, ist das auch ja auch Figur, oder? Ne, Jonas von Jonas. Der Michael. Genau, der Michael. Michael Kahnwald. Wo er, Spoiler, vorher nachher rauskommt, dass es Michael ist, er hängt. Ja. Und der schreibt ja auch diesen Brief. Genau. Und da beginnt alles. Und dann verschwindet ja auch in der ersten Folge schon Michael. Kannst du noch deine Eindrücke finden, die du als erstes Mal die erste Folge gesehen hast? Ich muss sagen, ich fand, also ich war zuerst einmal richtig fasziniert von der ganzen Cinematografie. Also wie schön das an sich aussah, also diese ganzen Shots über den Wäldern und allgemein Winden auch als Stadt. Also das ist ja so eine zusammengebaute Stadt aus vielen verschiedenen Teilen. Brandenburg hast du ja gerade schon gesagt. Fand ich sehr schön, also sehr mysteriös. Aber ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, okay, das wird jetzt so eine richtige Teenie-Serie, so ein bisschen Riverdale. Ja. Am Anfang. Okay, war vielleicht auch Jugendliche so als Handelnde. Genau. Und dann, die waren auch am Anfang in der Schule, haben die sich unterhalten, haben die auch ganz oft so Fuck und Scheiße und sowas gesagt. Na, da dachte ich schon, okay, das ist ein bisschen eine Teenie-Serie. Stimmt. Ich muss, du sagst, das sah richtig gut aus mit diesen Shots, ich muss sagen, das war mir bei Dark, das ist mir schon in der ersten Folge aufgefallen, ein bisschen too much. Klar, die Serie heißt Dark, ist klar, ist da ja nicht irgendwie fröhlich und kunterbunt, aber dass sie so durchgezogen haben, immer so wenig Licht, so dunkel, das fand ich war irgendwann ein bisschen nervig. Ja, ich musste auch immer die höchste Helligkeit einstellen, als ich es auf dem Handy geguckt habe. Ja, also klar, im Wald ist es düster, aber kann mir keiner erzählen, dass selbst so ein der Wissenschaftler, dieser Uhrmacher, in seinem Stübchen nur so eine, keine Schreibtischlampe abgemacht hat. Okay, also. Und der, ich meine, der hat einen Laden, so, der hat doch wohl das Licht an. Das denkt, dachte ich mir schon so, uff. Wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, aber das hast du erst recht. Also ich allein, ich finde das Intro, was im Kaleidoskop-Style ist, das ist ja so toll gemacht, künstlerisch allein, also, aber es hat wirklich dieses Mystische, dieses Dunkle. Ja, das Intro fand ich auf jeden Fall interessant, ich dachte erst, das ändert sich so von Folge zu Folge, ist das so? Oder war das, habe ich mir da irgendwie fantasiert? Ich weiß nicht, ob die vielleicht in Staffel 2 an dem Soundtrack ein bisschen was geändert haben. Also Staffel 2 habe ich noch mal nicht gesehen. Okay. Ja, also ich fand, das war, das hat so dauerhaft so eine schlechte Stimmung gemacht, dieses, dass das alles so dunkel ist und so und nicht mal, auch in Momenten, wo es vielleicht mal gut für die Figuren lief. Ja. Also es so, uff, das war, ähm. Ja, auf jeden Fall. Wir reden jetzt, erst sage ich mal, über die Figuren, das sind ja unglaublich viele bei Dark. Man muss ja sagen, gibt es eine Hauptfigur, wo, also Jonas ist ja die erste Figur an der Schicht heraus durch seine stylische Regenjacke, die irgendwie Paddington den Bär geklaut hat. Ist aber, ist er die Hauptfigur? Äh, ich würde sagen, in der ersten Episode ist er, also alles rund um Jonas ist, ähm, sind die Hauptcharaktere, Martha, Magnus, die ganze Familie Nielsen, das sieht man ja auch. Äh, Ulrich ist ja auch direkt am Anfang zu sehen. Ich würde sagen, Ulrich ist die Hauptfigur. Ulrich, Ulrich auch, auf jeden Fall. Oder Micke vielleicht sogar. Ähm, es ist halt auf jeden Fall so, dass von Jonas ja eigentlich alles ausgeht. Also Jonas' Tante ist Martha, dann Jonas' Großvater Ulrich. Ich würde sagen, Jonas ist so im Zentrum des Ganzen. Ja, ja. Aber das, das ändert sich. Wenn er die Hauptfigur ist, hat er wenig, so Screentime. Also es sind, also ich, also ich, also persönlich hätte ich das Gefühl, dass Ulrich viel häufiger dabei ist. Ja. Viel mehr Zeit hat. Aber vielleicht nehme ich das nur so wahr, weil ich die zweite Staffel geguckt habe, von der ich jetzt nichts erzählen werde, natürlich. Hoffentlich, sonst muss ich des Studios auch verweisen. Okay. Da gibt es Anweisungen. Da fand ich auf jeden Fall, also Ulrich ist ein großer Charakter. Oder in der ersten Staffel, in der zweiten. Ich fand auch der Interessanteste, weil ich muss sagen, bei Jonas fand ich irgendwann ein bisschen, ähm, ja, unangenehm, dass er so für alle so megelange gebraucht hat. Irgendjemand, irgendjemand hat irgendeine Frage gestellt und er steht da erstmal so eine halbe Stunde, auch im Regen. Also das ist auch so ein Ding. Es regnet die ganze Zeit und die Leute laufen im Regen rum und bleiben auch einfach so stehen oder er zieht seine Kapuze nicht auf im Regen oder sie prügeln sich im Regen. Und, ähm, ich glaube auch so ein Ding ist einfach bei Ulrich, dass Ulrich nicht mal einen Tag ein Gesicht haben kann, wo kein Blut drauf ist. Kann das sein? Ja. Nicht mit Narben oder so, der hat doch immer Blut um Gesicht. Ja, okay. Er hat sich doch immer irgendwo geprügelt. Der hat aber was erlebt, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich finde, äh, Jonas, ähm, tatsächlich dieses, was mich gestört bei Jonas, der atmet ja mehr, als er spricht, ne? Also, sie sieht immer wieder diese Szenen, wo er aufwacht und dann erstmal so zehn Minuten lang atmet und erschöpft ist und das fand ich ein bisschen too much. Das stimmt. Ja. Also, Jonas, ich, 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 ist mir irgendwie unsympathisch, weil ich konnte, ich hab keinen Zugang zu ihm gefunden, weil er irgendwann so distanziert wirkt, hat mit keinem wirklich geredet und ich hab mit seiner Mutter wirklich, der war so ein bisschen, äh, Hanna, nee. Oha, sag mal nicht so alte Sachen, ich muss das alles gleich pieken. Dann sitze ich hier noch so eine Stunde und muss nur die Sachen rauspieken. Nein, tatsächlich. Wir sind sehr Kinder. Ich Hanna nicht. Wer ist Hanna nochmal? Hanna ist die Mutter, die mit dem Ulrich auflaufen hat. Das stimmt, die ist echt ein bisschen, äh, also das, also klar, sie hat ein schweres Schicksal, die Mann ist gestorben, ähm, und sie hat mit Ulrich die Affäre, das Mieseste fand ich aber, was sie hatte, war, als sie dann, ähm, der Schuldirektorin, ähm, der Katharina Nielsen, so gesagt hat, ja, dein Mann hat gesagt, er liebt dich nicht und will dich verlassen, was eigentlich gar nicht stimmt. Und das fand ich ein bisschen, das ist einfach unnötig, warum noch so Schmerzen zufügen. Ähm, wo wir jetzt bei Katharina ganz kurz sind, finde ich, eigentlich einer der sympathischsten Figuren, weil sie hat kein dunkles Geheimnis. Ja, ja, wobei, doch. Okay, sie war in den 80ern als, äh, da waren die ein bisschen im Rüpel, ne? Da war die im Rüpel, aber ich sag mal so, im Vergleich, was die anderen, ähm, gemacht haben, ist sie halt voll okay und sie setzt sich ein und, ähm. Ist eine Löwenmutter, also die, die, äh, gibt alles für ihre Kinder. Ja, auf jeden Fall und, ähm, auch als die Kinder verschwunden sind, hat sie auch dieses, ähm, diese Versammlung eingerufen, hat appelliert, äh, man soll danach suchen. Ja. Ähm, also die finde ich schon eine der sympathischsten Figuren. Ulrich hatten wir ja gerade mal angesprochen, finde ich, ist so, ähm, auf der einen Seite ist er jemand, der, also er ist einer der wichtigsten Personen für die Handlung, er treibt die Handlung voran, ähm, er hat ja auch, also hat er, ist der Polizist, hat auch den richtigen Riecher gehabt, ich finde, ähm, einer der assozialsten Figuren als Jugendlicher und später macht er auch so ein paar, also, eine Sache, du weißt wahrscheinlich, worauf ich anspiele, die einfach, wo er ohne. Das, das war der schockierendste Moment für mich, wirklich. Ich auch, also ich dachte so, das, das macht er jetzt nicht. Ja. Er hat ja, er hat ja nur den Verdacht, er hat ja keinen Beweis, dass Helge alle Kinder getötet hat. Ja, und da wollte ich gerade noch korrigieren, da hat er nicht immer den richtigen Riecher gehabt, der hat nämlich Helge Doppler verdächtigt. Natürlich, äh, Helge Doppler ist, äh, also es ist ein dementer Fall und der wandert da nachts im Wald rum, ne, alte Männer, das will man natürlich meinen, aber im Endeffekt kann Helge Doppler einem nur leid tun, die ganze Kinder, die er durchgemacht hat. Und ich fand, also als Kind hat man ja gesehen, ähm, von der Mutter, dass er von der Mutter fertig gemacht hat und das von diesen zwei Leuten, die den da im Wald überfallen haben, ähm, eigentlich von, und auch von diesem Mädchen da, was ihm, was ihm Nachhilfe gibt, die ihn auch irgendwie nur runter macht, äh, wo er eigentlich ein netter Typ ist und auch als er im Kernkraftwerk arbeitet, er gibt ja auch dieser Frau, ähm, ein Geschenk, die der neue Chefin wird. Genau. Äh, und, äh, also total der liebe Typ eigentlich. Ja. Und, ähm, der hat ja im Endeffekt ja nichts wirklich, der hat nie mal, also, der hat ja keine bösen Absichten gehabt. Genau, er hat einfach den, zum falschen Zeit am falschen Ort, er hat Noah vertraut, ich denke einfach, es, Leben hat es nicht gut mit ihm gemeint. Und er versucht, also als Ulrich einfach versucht, ihn zu töten. Ja. Das, also er hat ja diesen Stein genommen und hat ja so kurz gezürzt, ich so, macht er jetzt nicht, der kann ja kein Kind töten. Ja. Und dann macht er das einfach. Ich dachte mir, nein, du kannst dich aufgrund, egal wie krass jetzt dein Schmerz ist, weil dein eigenes Kind weg ist, aber das so, dachte ich, das hat er jetzt nicht gebracht. Ich habe überlegt, ist es denn wirklich so schlimm? Also natürlich, die Szene war brutal, aber an sich musst du dir vorstellen, der Mann denkt, ähm, dass mehrere Kinder, also wirklich ein Kind gegen, äh, drei, aber noch, da kommen ja noch weitere dazu. Er hätte gedacht, dass das, äh, Helge Doppler ja in der Zukunft immer weitermacht und weitermacht und quasi dieses eine Leben gegen mehrere einzutauschen. weiß man nicht. Ja, aber nur aufgrund eines Verdachtes. Das Verdacht ist und das Kind ist zu dem Zeitpunkt dann auch unschuldig. Ja, ja, ich weiß. Also, nee, kann man nicht machen, finde ich. Es ist schwierig, es ist schwierig. Ich fand es auf jeden Fall der schockierendste Moment und, ähm, boah. Also, das, da war echt, da war echt von Ulrich so mega. Ich dachte, am Anfang fand ich ihn ganz interessant so, aber irgendwann dachte ich, ähm, nee. Dann gibt es ja in der Serie, das waren jetzt so die Hauptfiguren, noch finde ich ganz viele Nebenfiguren. Ähm, diese ganze Jugendliche, diese Jugendgang da um, ähm, um Jonas da mit seinen Freunden, finde ich, hat für den Plot jetzt nicht groß was zu sagen. Okay, der hat, ähm, mit, ähm, wie war nochmal ihr Name? Martha. Mit Martha hat der, ähm, die waren ja mal zusammen und haben irgendeine Beziehung. Aber richtig für den Plot ist der im Endeffekt nicht. Ähm. Wirklich. Ja, also ich denke einfach, das ist halt, um diesen, ähm, Romance-Aspekt noch mit reinzukriegen, äh, der da irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, weil es ist ja eigentlich eine Thriller-Serie, eine sehr, diepe Serie, aber das ist, ja. Die ist an der Seite immer mitgelaufen, fand ich so, dieses Beziehungs-Ding und dann, ähm, eine Figur, die ich eigentlich, ich dachte eigentlich, bei Bartisch, glaube ich, heißt er. Bartosch, ja. Bartosch. Komischer Name. Ich dachte erst, das war sein Nachname erst. Aber, ähm, bei ihm fand ich auch, ich habe lange gedacht, wozu ist er da? Wofür hat man ihn in die Story eingebaut? Er ist der Freund von Jonas. Okay. Aber. Gegen Ende. Gegen Ende hat er ja so ein, also er hat ja dieses, ähm, Handy von Eric, dem Rotarien-Jungen, der verschwunden ist und da ruft der, also man denkt, der Dealer ruft an, der Drogendealer und dann ist es ja dieser sagenumwobene Noah. Ja. Und da ist mir eine Frage gekommen, da hatte ich mir auch aufgeschrieben, als ich es geschaut habe, wieso steigt Bartosch in das Auto von Noah, obwohl er gar nicht weiß, wer der Typ ist? und der Typ war es einfach seinen Namen. Das ist doch gruselig. Also, warum? Ich würde... Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, Bartosch ist allgemein, also wir wissen noch nicht viel über Bartosch, das erfährt man, glaube ich, mehr in der zweiten Staffel. Ähm, ich würde einfach sagen, das ist, glaube ich, einfach, das haben die Produzenten einfach gemacht, um Bartosch nochmal so ein bisschen abzuheben. Also, damit der nicht so ganz nutzlos ist, wahrscheinlich. Damit der auch so ein bisschen Dreck am Stecken hat, so wie alle. Würdest du, stell dir mal vor, du kommst einen Anruf und jemand sagt so, hey, komm mal da und da hin und kennt deinen Namen einfach. Und ruf dich noch nicht mal auf deinem Handy, sondern auf irgendeinem Handy, was du findest. Ich würde wahrscheinlich sofort auflegen und zu Hause bleiben. Also, ich würde sofort Polizei rufen. Das ist so gruselig. Und der geht noch alleine nachts dahin. Da dachte ich mir, was läuft schief. Ich kann es aber auch irgendwie verstehen, weil Bartosch, das hast du ja auch gesehen quasi, als Claudia, seine Großmutter, dann rein angekommen ist, ne? Ja. So, und der ist ja den ganzen Tag alleine, ne? Also, die Mutter arbeitet im Hotel, der Vater im Kernkraftwerk. Also, die Mutter arbeitet im Hotel? Ja, die steht da rum, ey. Und wartet einfach, dass jemand kommt, so. Und guckt noch irgendwie in fremde Zimmer rein und schnüffelt da müssen rum. Die hat ja beim älteren Jonas ein bisschen geschnüffelt. Ja, ist halt ihr Job. Ja, aber... Ja, ist halt ihr Job. Was soll ich machen? Soll ich machen. Also, würde ich auch machen, wenn so ein seltsamer Typ in meinem Hotel wäre. Jonas ist doch korrekt. Also, der ältere Jonas. Ich fand den sympathisch, muss ich sagen. Sympathischer als den jungen Jonas? Mhm. Stimmt. Muss ich auch sagen. Aber ich fände das doch vorhersehbar, dass das Jonas ist. Mein Punkt, den habe ich gerade fast verloren. Bartosch, ich glaube, weil Bartosch so ein bisschen vernachlässigt wird. Der ist ja auch total alleine den ganzen Tag. Ich glaube, dass er dadurch vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Aufmerksamkeit hat. So Langeweile hat und einfach... Ja, vielleicht sowas. Also, Aufmerksamkeit deswegen mit den Drogen. Also, wer weiß. Ja, er hat das Geld ja nicht. Stimmt, er hat das Geld ja überhaupt nicht nötig. Also, das Haus sieht jetzt nicht schlecht aus. Die sind reich auf jeden Fall. Die sind eher das Einzelkind. Als ob er da die 500 Euro noch sich durch illegale Machen schaffen möchte. Ich denke auch, Aufmerksamkeit, ja. Also, bei dem Erik konnte man das eher verstehen, die da in einem Wohnwagen gelebt haben. Aber bei ihm fand ich das so ein bisschen, ein bisschen überflüssig. Aber ich habe eine Theorie zu Bartosch. Okay. Du hast die letzte Staffel gesehen, ich nicht. Deswegen musst du mich nicht spoilern. Sag jetzt nicht richtig oder falsch. Ich sage immer, was ich denke. Ich glaube, Bartosch ist Noah. Aus dem einfachen Grund, weil Noah irgend so, warum sollte Noah Bartosch nehmen? Der ist nicht besonders klug. Der, weiß ich nicht. Der ist nicht wichtig. Und warum reden die miteinander? Ganz einfach. Der sagt ja auch, wir sind die gute Seite oder so. Und der hat ja irgendeinen so einen Plan eingeweiht. Ich glaube, er hat sich selber in den Plan eingeweiht. Ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Aber ich gebe mal kurz einen Denkanstoß. Der Helge Doppler, den hat er ja quasi auch eingeweiht. Lass ich jetzt nur mal so stehen. Und dem hat er auch gesagt, du bist auch ein guter Mensch. Du bist auch quasi einer von uns. Wir müssen das jetzt zusammen machen. Stimmt. Stimmt. Ja, ich lasse es einfach mal stehen. Stimmt. Okay, für das Thema. Kommen wir mal noch auf einen Charakter. Da möchte ich gerne zu sprechen kommen. Das ist nämlich Charlotte. Ja, die mag ich. Wollte ich auch sagen. Mit Abstand. Mit so einem Abstand vor allen anderen. Die ist so sympathisch, ja. Die beste Figur in dieser Serie. Ja. Weil sie war auch in ihrer Kindheit, war immer nett zu allen. Also war jetzt nicht so hochgradig daneben wie alle anderen. Und geht den Sachen auf den Grund. Und hat ja auch, findet ihr ja ganz in den letzten Folgen, hat ihr dieses Bild von Ulrich da gefunden. Ja, genau. Zeitungsdingen, wo man alle Zeitschriften und Zeitungen nachgucken kann. Ist der ein Kindermörder? Ja, aber ich denke, als ob das keinem Fall aufgefallen ist. Ja, das ist komisch auf jeden Fall. Also es hängt in der Schule ein Bild von Mickel. Und da steht 1986 dran. Es sind zu viele Zyklen zurück. Als ob das keinem aufgefallen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man darauf geachtet. Aber vielleicht ist es auch einfach allen egal, weil niemand sich für irgendwen interessiert, weil diese Stadt verlogen ist. Oh. Ja, das ist mal meine Theorie. Bisschen weit gedacht. Ja. Das stimmt. Die Stadt ist, das finde ich auch an manchen Stellen ein bisschen unrealistisch. Es geht ja eigentlich im Endeffekt um drei Familien. Vier. Vier Familien. Die Tiedemanns, die Dopplers, die Nilsens und die Karnwalts. Die Karnwalts ist Jonas, diese Jonas-Familie. Dann Doppler ist... Charlotte. Die korrekte Familie. Ja, genau. Die Ehrenfamilie. Die Ehrenfamilie der Woche. Dann, ähm, Bartisch ist nochmal... Ähm, ah, das war Tiedemann. Also die reiche Familie ist Tiedemann. Und Nielsen ist die mit Ulrich. Genau. Ja, also Charlotte ist echt die einzige Figur. Die ist auch, also... Ich muss sagen, ähm, es ist wirklich so, dass jeder einzelne Charakter so egoistisch ist. Also jeder will irgendwie nur seine eigenen, ähm, Wünsche durchsetzen, seinen eigenen Willen irgendwie. Und es ist scheißegal, äh, es ist doof, auf jeden Fall. Kannst du rausschneiden. Ähm, es ist auf jeden Fall total egal, was die anderen irgendwie, äh, brauchen oder ob die anderen in Nöten sind. Ähm. Das stimmt. Ja, weil einfach, äh, nur die selber für sich wichtig sind. Und Charlotte ist halt einfach so sozial. Die, die sorgt sich so hart um die Kinder. Die will rausfinden, was da los ist. Ähm, eine Frage, wenn wir jetzt schon bei der Polizei sind, der eine Typ mit der Augenklappe, wer ist das? Also, äh, ich... Nettes Gimmick. Er ist jetzt, er ist jetzt nicht, ähm, ähm, weiß ich nicht, der ist jetzt nicht negativ aufgefallen oder so. Er ist halt einfach ein Polizist, der seine Arbeit da macht. Und eine Augenklappe trägt. Und ergeblich mit dem Atomkraftwerk-Chef da in Verbindung steht. Aber dem wurde ja gar nichts erzählt. Und der hat ja, ist ja ein Handlanger vom Atomkraftwerk. Du, das, äh, weiß ich nicht. Aber jetzt, ja, warum wurde der so auffällig mit einer Augenklappe versehen? Ich, ich glaube... Der hat ja so einen hohen Wiedererkennungswert, wie fast keine andere Figur, was irgendwie schade ist. Vor allen Dingen so unnötig, weil, gib doch mal der Regina oder so, ein bisschen besseren Wiedererkennungswert. Ja, die eben auch, die in den, oder so Leute, die in den, ähm, in den 50ern vorkommen, in den 80ern vorkommen und in 2019. Tronte, Tronte habe ich nicht erkannt, ne, das ist ja der Vater von Ulrich. Den einfach in Wiedererkennungswert und nicht irgendeinem zufälligen, einer zufälligen Nebenrolle. Weißt du, was ich denke? Die nur in einem Jahr vorkommt, so. Ich glaube, dass, ähm, die Leute, die Produzenten von der Serie einfach sich für jede, für jeden Charakter irgendwas Besonderes überlegt haben. Und irgendwann ist denen das ausgegangen, ah, Muttermal, ah, Taubstum. Aber der hätte gar nichts gebraucht. Ich glaube, Augenklappe. Der hätte gar nichts gebraucht. Und wo wir schon bei Figuren sind, die eigentlich den Plot nicht vorangebracht haben, was mit Erik und seiner Familie. Ja, ich glaube, die waren für den Anstoß, für die erste Folge wichtig, so. Okay, aber man weiß ja nichts über Eriks Leben in den, der ist ja auch wahrscheinlich irgendeine Zeit, in den 50er ist er ja gekommen. Darüber weiß man nichts. Über, ähm, Yassin. Yassin, der Freund von der Elisabeth, der Taubstum. Genau, ähm, der ist auch einfach so, oh, der ist gestorben. Und dann, äh, einfach ist die Spur um Sande verlaufen. Fand ich schade. Ich muss sagen, auch, so bis zur Folge 7, hat mir die Serie überhaupt nicht gefallen. Da war das nur so ein Beziehungsgeflecht. Hatte ich das Gefühl, so nebenbei, wurde da langsam klar, irgendwas hängt da mit der Vergangenheit zusammen und irgendwas mit Zeitreisen. Aber da ging es in erster Linie nur, es wurden diese ganzen Verhältnisse gezeigt. Und auch als Nickel in der Vergangenheit war, in 80ern, wurde auch nur gezeigt, wie die schon damals zusammenhingen. Und das, fand ich, war so ein bisschen Daily Soap. Ja. Auf einem höheren Niveau. Ja. Und mit einer Stunde Laufzeit. Es ist ja immer so, das ist ja auch bei den berühmtesten Serien, ich sag jetzt mal American Horror Story, so, dass man am Anfang, die ersten drei Folgen sind immer für Einführung da. Ja, also es ist ja immer, Charaktere müssen vorgestellt werden, man muss so ein bisschen Story dahinter erzählen, damit man weiß, wenn die dann auch was machen, warum machen sie das? Ich finde das total komisch, nämlich, wenn Charaktere einfach irgendeine Handlung, irgendwas Krasses machen, wie zum Beispiel Ulrich das mit dem Kind. Hätte der das am Anfang gemacht, ich hätte den gehasst. Aber das Ding ist, dass ich ihn irgendwie verstehen kann, weil sein Kind einfach... Ich finde, das ging einen Tick zu lange, bis die Serie mal Fahrt aufgenommen hat. Ja. Bis mal alles geklärt war. Und dann so ab Folge sieben, als Jonas in der Vergangenheit war, da fand ich es interessant, weil Mikkel in der Vergangenheit, was will der groß machen? Er ist ein Kind, dem glaubt eh keiner, dass das in der Vergangenheit ist. Der kann nicht irgendwie clevere Handlungen machen. Und der ist einfach überfordert und ist da. Ich finde es relativ traurig. Ich finde diese ganzen Schicksale sehr traurig. Ja. Von Mikkel, allein jetzt nur. Ja, von Mikkel, es stimmt. Aber es geht, weil ich finde, man weiß ja, wie er sich entwickelt hat. Ich meine, er hat eine Frau gefunden, er hat eine Familie gegründet. So mega schlecht, dass er jetzt da irgendwie verrückt wird. So ist es ja nicht. Ja, ich stelle mir das sehr, sehr schlimm für ihn vor. Sehr tragisch, dass er quasi sieht, wie er nochmal geboren wird. Dass er seinen Vater sieht und nicht zu ihm hin kann. Stimmt, die kannten sich ja. Weißt du? Das heißt, das sieht man in der zweiten Staffel dann noch. Oh ja, okay. Nicht zu einer Mitte. Auf jeden Fall. Aber ich fand, als Ulrich in der Vergangenheit war, da dachte ich so, jetzt endlich nimmt die Serie jetzt mal Fahrt auf, nachdem ich hier sieben Stunden für geopfert habe. Weil das war eine Person, die wirklich was machen konnte und die auch wirklich was aktiv in der Vergangenheit gemacht hat. Genau. Das hat Jonas ja auch nicht. Der ist erst mal durch den Regen gelaufen und ist dann wieder einfach so zurückgegangen. Ja. Und hat dann, glaube ich, noch alle gesehen und so. Aber das ist auch, auf diesen Zyklus können wir mal zu sprechen kommen. Der 33-Jahre-Zyklus. Kannst du nur mal erläutern. Ich habe es, glaube ich, nicht richtig gespickt. Ich glaube, das hatte die Charlotte einmal erklärt in einer Szene, dass quasi alle drei, und ich weiß jetzt nicht, ob das so physikalisch, ne, wissenschaftlich bewiesen ist oder ob das einfach nur Fernsegelquatsche ist. So Verschwörungstheorie. Ja, ich denke, sie hat gesagt, dass alle 33 Jahre quasi die Konstellation von Sternen und Sonnen und Planeten und alle möglichen, den Tagen, den Wochentagen, dass alles genau gleich ist. Alle 33 Jahre. Und deswegen, man hat das auch gesehen, 80ern hat es an dem Tag geregnet. Dann ist man rübergegangen zu den, das ist jetzt 2019. Da hat es auch geregnet. Und dann hat es auch geregnet, genau. Also quasi das Wetter ist gleich, die Tage sind gleich. Alles wiederholt sich. Alles ist gleich, alles wiederholt sich. Alles, auf der ganzen Welt oder nur in Winden? Vielleicht. Vielleicht auf der ganzen Welt, vielleicht nur in Winden. Aber wenn es nur in Winden ist, weil in Winden ist ja dieses schwarze Loch. Warum geht kein Charakter einfach raus aus Winden? Ulrich hat es ja versucht, ne? Was heißt, wie versucht? Ulrich hasst die Stadt. Der muss ja jetzt nicht irgendwo nach Hawaii ziehen. Der kann ja einfach drei, vier Städte, Dörfer weiterziehen. Aber das wussten die Charaktere ja nicht, dass das so gefährlich ist, Winden. Die wussten natürlich, okay, hier ist irgendwas falsch. Also das mit den toten Vögeln natürlich. Schon seit Jahren werden da Kinder entführt. Ja. Da ist ein Atomkraftwerk. Ich weiß nicht. Ich denke, also wie ich schon gerade gesagt habe, die Stadt ist verlogen. Und ich glaube, die sind auch sehr egoistisch. Die interessieren sich halt sehr wenig für. Die Personen, die wir kennen in der Stadt. Ähm, die jeweils anderen. Stimmt. Was ich gut gefunden hätte, ist, ich meine, da sind Kinder verschwunden. Und normalerweise, es kam mir so vor, als wäre das voll die kleine, das kleine Polizeiaufgebot, was der nach sucht. Eigentlich wären auch welche von außen noch gekommen, oder? Außer von Winden, die die unterstützt hätten. Ja, scheint ja nicht so wichtig gewesen zu sein dann. Also das fand ich so ein Ding, kann ja nicht sein, dass da irgendwie Charlotte und Ulrich als Einzige mit so ein paar Leuten noch dranhängen, so drei vermisste Kinder zu finden. Ja, und bis die dann erstmal den Durchsuchungsbeschluss hatten, ne? Das hat ja, wie viele Folgen gedauert? Ja, es hat, ja, also, ich glaube, das war so ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, in echt, hätten die diesen Beschluss viel schneller bekommen. Und da wäre viel mehr Polizeiaufgebot von außen noch gekommen. Ja, wie gesagt, so ab Folge sieben, finde ich, ging es bergauf. Dann hat sich alles zusammengefügt, obwohl es noch immer so zwei Figuren gibt. Noah hatten wir gerade schon gesprochen. Ich glaube, das ist spartisch. Wer weiß. Aber jetzt, mal abgesehen, wer Noah ist, ne? Was ist seine Absicht? Was ist die Absicht von diesem Uhrmacher, dieser Art Wissenschaftler, der das Buch geschrieben hat? Boah, der hat mich ja so genervt, ne? Also, ich habe diese Maschine nicht verstanden. Mich hat es tatsächlich genervt, dass er quasi eine ganze Folge lang, das waren ja immer diese Ausschnitte quasi, die dann zusammengecuttet worden sind. Und da war ja quasi immer irgendwie der ältere Jonas, das zusammen mit dem älteren Wissenschaftler, und die haben quasi immer über ein und dasselbe Thema geredet. Und das war immer, es gibt dieses Zeichen mit den drei Kreisen. Anfang, Vergangenheit, Zukunft. Ja. Ne, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Und er hat dann auch gesagt, der Anfang ist Ende. Und das war's. Und dann hat er das so ganz oft nochmal in ganz vielen verschiedenen Metaphern noch ausgedrückt. So, das ist das Pudelskern oder so. Und so ein bisschen so wannabe-schlau. Ganz kurz, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, weil das ist das Pudelskern. Ich muss jetzt, so, das, ich habe mich so gefreut, als ich das gehört habe. Ja. Weil, ich habe das ja gelesen, wir mussten ja Faust lesen. Und das ist ja aus Faust. Und jetzt kommt's, pass auf. Er hat gesagt, das ist das Pudelskern. Und dann war Schnitt, Szene in den 50ern, wo dieser Pudel ist, ne? Ja. Und der Pudel geht verloren. Und weißt du, wie der Pudel heißt? Gretchen. Oh, okay, das ist ja voll die Anspielung. Ich sag's nur. Ich habe das Easter Egg in Dark gefunden. Ich habe aber noch ein Easter Egg. Ich habe auch noch eins. Okay, okay, ich lese erstmal meinen Gedanken. Genau, und das hat mich halt... Entschuldigung für erstmal deine Gedanken zu Ende. Ja, das hat mich ein bisschen genervt, dass der Wissenschaftler quasi, das ist so ein, ja, der ist jetzt nicht intelligent, fand ich. Der hat halt einfach nur irgendwie so dasselbe erzählt, in Metaphern geredet. Und man wusste nicht wirklich, okay, wie funktioniert jetzt Zeitreisen? Wie macht man das? Jetzt physikalisch kann ich ein paar Fachbegriffe haben und nicht immer dieses Rumgerede um Zeit und Vergangenheit. Ja. Irgendwie... Vielleicht hängt es damit zusammen. Der Name von diesem Wissenschaftler, das habe ich gelesen, ist Angeline an einem Science-Fiction-Autor. Ja. Ich glaube an H.G. Wales, der Krieg der Welten produziert hat. Das erste Radiohörspiel übrigens auch. Vielleicht hängt so... Vielleicht labert er auch einfach nur. Ja, vielleicht. Wer weiß. Aber er ist nie selber gereist, oder was? Ich glaube... Weil er hat doch am meisten Wissen. Ich glaube, das ganze Wissen hat er ja von den anderen Charakteren. Der hat das ja von der Claudia und von dem älteren Jonas. Stimmt. Also und natürlich dann auch noch, du musst dir vorstellen, war das in den 80ern oder 50ern, wo der das Smartphone hatte? Das war in den 50ern. So, dann musst du dir vorstellen, du hast so eine Technik in den 50ern, wie weit du damit kommst erstmal. Was du für einen Vorsprung an Wissen hast. Ja, du kannst das doch gar nicht analysieren als Uhrmacher in den 50ern, ein Smartphone, oder? Oder vielleicht ein sehr guter Uhrmacher. Wer weiß. Ja, okay. Er hat ja so eine Art Akku gebaut. Ja. Mit Batterien. Ja. Und das lief da dann bis... Und er hatte auch einen Plan bekommen, aber ich glaube, er wusste tatsächlich nur das, was die Leute ihm erzählt hatten. Okay. Ja. Das stimmt, aber... Er war nur Funktionär. Oder vielleicht war er auch nur dabei, um dem Publikum so ein bisschen das näher zu bringen, was da jetzt mit den Zeitreisen gemalt ist. Was ich aber irgendwie eine coole Art von Zeit... Also ich dachte erst, als es mit Zeitreisen anfing, es gibt wenige Filme und Serien, die das gut gemacht haben mit Zeitreisen. Back to the Future. Das ist zurück in die Zukunft. Ein sehr guter Film. Und das ist Doctor Who. Ja. Kennst du sehr... Aber Doctor Who ist eher so komödiantisch, ne? Das ist eher... Na, da geht es ein bisschen was anderes. Und alle, bei allen anderen Serien und Filmen, kommen mir häufig so Zeitreisen vor, das haben so... Es hat jeder, jede, jeder Serie, jeder Film hat das gebracht. Huch, wir reisen zurück und ändern die Sachen und dann ist es so und so. Und da hatte ich erst die Befürchtung, dass das bei Dark auch so ist, dass die da hinreisen und irgendwas gerade biegen müssen oder so. Da dachte ich so, das ist so ein bisschen Standard. Aber, ähm, als ich dann herausgefunden habe, dass die ja nur, die können ja nicht unendlich zurückreisen, die können ja nur 33 Jahre nach vorne, sprich 2019, und 33 Jahre nach hinten, sprich die 50er. Nö, das... Okay. Du hast ja nur die erste Staffel geguckt, deswegen sag ich dazu nichts. Okay. Und das fand ich schon eine coole Idee, weil man ja schon ein bisschen beschränkt war. Einmal... Sonst hätten wir ja überall rauskommen können. Ich denke mal vor, die wären so in den Streinen rausgekommen. Hätte passieren können, tatsächlich. Fände ich vielleicht auch spannender, wären die ein bisschen weiter gereist, weil 80er ist ja jetzt nicht die Welt so. Also das hat dich enttäuscht quasi, dass es dieses Motiv des Zeitsbruchs... Ja, also ich fand für 50er viel spannender, wie man sich da verhält, weil Ulrich und Jonas und so, die kennen die Zeit der 50er ja gar nicht, die haben ja gar nicht gelebt. Und 80er, Ulrich kennt das und für Jonas ist das ja auch keine komplett andere Welt. Und da fand ich 50er schon spannend. Ich fände es vielleicht ein bisschen weiter zurück, wäre spannender gewesen. Na dann, bleib dran. Bleib ich dran. Weiteres Easter Egg, wolltest du noch sagen? Ach so, ja, kein richtig Easter Egg, aber es wurde mal auf Zurück in die Zukunft auch angespielt. Und zwar, als der in diesem Kinderzimmer saß, in diesem Bunker von Helge und Noah, da meinte er auch, die Zeitmaschine ist kein DeLorean. Und das ist ja ein Fahrzeug aus Zurück in die Zukunft. Das war auch eine Anspielung, genau. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Und dieses Zimmer, habe ich... Ich habe es nicht verstanden. Das ist eine Zeitmaschine, weil das über diesem Loch ist. Und da wurden Versuche mit den Kindern gemacht und der Versuch wurde mit Erik gemacht und durch diese Versuche haben die wahrscheinlich diese Verletzungen an den Augen bekommen. Yassin auch. Yassin auch. Mats auch, also der Bruder von Ulrich. Mats auch und als nächstes... Sollte eigentlich Jonas. Aber es ist ja schon Spoiler-Era überlebt. Genau. Also die Easter Egg selber gespoilert in dem... Ich fand es gruselig, weil es war so abstrakt einfach, dass man diese Tapete hatte, die ja wirklich nach Kinderzimmer aussah. Ich habe zuerst gedacht, die werden da vergewaltigt. Also das wirkte so, wie fühlt euch hier wohl, wie dieses typische... Wie heißt der Film nochmal? 3095 Tage irgendwie oder 3096 Tage. Keine Ahnung. Dieser Österreicher, der dieses Mädchen nach acht Jahren im Keller hält. Ach. Genau. Und irgendwie so hatte das auf mich gewirkt. Irgendwelche Kinder versperren und dann... Es hat mich ein bisschen... Ich habe schon gedacht, das ist ein Versuchslabor. Weil das so ein bisschen so... Man hat gemerkt, das ist so gestaltet worden, so Leute, die eigentlich keine Ahnung hatten, sollten Kinderzimmer gestalten und legen da irgendwie einem 13-Jährigen so ein Teddybär oder so dahin. Weißt du? Und ich fand schon, dass es klar war, dass das irgendwie eine Versuchsanrichtung war. Und ich muss sagen, Dark hat mich sehr stark an eine andere Serie erinnert. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht in deinen Vorbereitungen auch irgendwie mitbekommen hast. Und ich habe diesen Sommer Stranger Things durchgeguckt. Und es sind ja so viele Parallelen. Also ich habe die mal aufgelistet. Ich mache jetzt ganz kurz. Bei Stranger Things verschwindet ein Junge, bei Dark verschwindet ein Junge. Die Mutter dieser Jungen sind alleinerzählt. Ist in beiden Serien so. Beide Jungen gehen in eine andere Welt. Ja. Bei Stranger Things will ich jetzt nicht spoilern, ist es eine andere Welt. Und Mikkel kommt in die 80er. Eigentlich auch eine Art andere Welt. Mikkel kommt in die 80er und Stranger Things spielt in den 80er. Das ist schon mal so. Und Hauptfiguren sind Kinder. Ja, ist bei Stranger Things noch ein bisschen jünger als bei Dark. Aber es sind ja auch Jugendliche. Dann gibt es noch so einen eigenwähligen Polizisten, der alles versucht zu regeln. Das ist auch in beiden. Oder Polizistin. Rührig und Charlotte in Dark. Und bei Stranger Things gibt es auch so eine Figur. Und da fand ich schon, das hat war schon sehr krass inspiriert. Und man muss sagen, Stranger Things ist ein halbes Jahr vorher rausgekommen. Als Dark. Okay. Aber das hätten die doch nie geschafft in einem halben Jahr. Leute, ich habe eine Serie geguckt. Also wir machen jetzt fast genau dasselbe. Also das ist ein bisschen ein reales. Also Stranger Things ist Sommer 2017 rausgekommen. Und Dark war... Herbst 2018, oder? Nee, Dezember 2017. Ah, okay. Es sind anderthalb Jahre. Also, ob sie sich ein bisschen da von diesem, weil Stranger Things wurde, ist ja immer noch ein mega Hype, dass sie vielleicht ein bisschen da inspiriert worden sind. Kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht hatten beide gleichzeitig die Idee und da einfach den Kürzern gezogen, weil sie danach kam. Eine Produktion dauert ja nicht anderthalb Jahre. Also selbst wenn man dann... Kürzer oder länger? Viel länger. Länger als anderthalb Jahre. Boah. Allein die Idee, allein, dass man, okay, also wenn man dann anfängt zu produzieren, aufzunehmen und so weiter, die Szenen darzustellen und noch die Nachbearbeitung, okay, das kann vielleicht ein Jahr, ein Dreivierteljahr dauern, bestimmt. Aber ich denke, das ganze Skript zu schreiben, die Idee, erstmal auf die Idee zu kommen, das dauert ja viel länger als das. Ja, aber man kann danach noch was ändern. Stell dir mal vor, es war vorher geplant, ja, lass mal, wir lassen die Serie in den 30ern spielen, ne, man so, ey, die 80er sind wieder im, wir sind wieder da, Stranger of Things, äh, geht durch die Decke, lass mal einfach jetzt spontan die Handlung, also wir lassen die ganze Handlung so, aber wir heben die einfach ein paar Jahre weiter nach vorne in die 80er. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht so was im Spiel war. Weil es sind so viele, das kann nicht, das kann ja kein Zufall sein, dass da so viele Überschneidungen sind. Wohl möglich. Also ich stimme auf jeden Fall da im Vergleich dazu. Es sind sehr viele Parallelen, ähm, ich hab die Serie nur so haltbar mitbekommen, aber es scheint schon ähnlich zu sein, auf jeden Fall. Ähm, fand ich manchmal zu ähnlich, muss ich sagen, vielleicht auch nur, weil ich die so nah beieinander geguckt hatte. Bevor wir gleich zu unserer, ähm, berühmt-berüchtigten, ja, von den Unternehmen gefürchteten Abschlussrunde kommen, wo wir vergleichen mit den anderen Serien, die wir bei reingeschaut hatten, würde ich noch gerne über das Ende sprechen. Und das ist, finde ich, oft bei Serien so, wo ich denke, boah, so Mittel, ähm, die dann am Ende, so in den letzten zehn Minuten so dermaßen raushauen, dass man, obwohl man die Serie nicht gefeiert hat, unbedingt seit der Staffel sehen will. Ja. Das hatte ich, ähm, bei High Seesaw, der Netflix-Serie, auch eine spanische Produktion, das könnt ihr übrigens auch hier im Podcast hören, da haben wir auch eine Folge zu aufgenommen. Da war es auch so, die Serie ist die schwächeste, die wir bisher hatten, aber dieses Ende war so krass. Und bei Dark war es ja so krass, dass der einfach in der Zukunft ist. Ja. Also, ich würde jetzt mal, ja, ist eigentlich klar, dass er in der Zukunft ist. Ja, natürlich, dass die Zukunft ist. Dann hat er das Atomkraftwerk abgebrannt und dann, ähm, irgendwie kommen da so Leute mit einem Truck angefahren und so Märchen, das sieht ein bisschen aus wie, ähm, Hannah. Ich finde, wie die junge Hannah, ne? Genau, so wie seine Mutter im Jung, was seltsam ist. Und dann sagt, und sie sagt ja, willkommen in der Zukunft. Vielleicht, weil sie ihn kennt. Und haut ihm eine rein. Du begrüßt ja keinen, ja, du begrüßt ja keinen so Hallo in der Zukunft. Es ist, äh. Also, vielleicht weiß sie Bescheid. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt geht's ab. Ja. Also, die zweite Staffel, so, ich dachte ja, also, ich gucke mir die erste an, die zweite nicht unbedingt, aber jetzt denke ich mir, eigentlich müsste ich mir mal die Zeit ankommen. Müsstest du auf jeden Fall, also. Was hast du gedacht, ähm, am Ende der ersten Staffel, ohne jetzt, ähm, zu viel zu Fall wegzunehmen? Ich hab die Serie, ähm, das erste Mal, ich hab die vor zwei Wochen nochmal das zweite Mal geguckt, die erste Staffel. Ich hab die erste Staffel innerhalb von zwei Tagen geguckt und ich wollte unbedingt die zweite gucken. Und dann kam das ja erst irgendwie ein Jahr später raus. Und ich war so genervt davon, weil ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich war sehr schockiert. Und an sich, muss ich nochmal betonen, mir tun diese ganzen Schicksale von diesen ganzen Menschen so leid. Und also Ulrich, der da in den 50ern festhängt, die ganzen Kinder. Kann ja zurückgehen durch den Tunnel. Ja, dann musst du erstmal daraus kommen. Das ist ein bisschen easy gemacht. Du kannst auch durch den Tunnel gehen, dann bist du wieder zurück. Ja stimmt, er ist halt, ja okay, er ist zurecht im Gefängnis. Ja. Sowas von zurecht. Und er wird ja auch als vermisst gemeldet. Ja. Und wie Charlotte, beste Figur, kann man wieder dazu, das regeln wir. Also da bin ich gespannt. Aber jetzt kommt noch eine Zeitzone dazu. Meinst du nicht, dass es, also okay, du hast dich so nichts voll an. Aber ich habe die Befürchtung, dass es viel zu kompliziert wird. Wenn man mit vier Zeitzonen eine Serie macht und so vielen Figuren und so vielen Verstrickungen auf unterschiedlichen Zeitebenen und dann noch so mega mysteriöse Figuren wie Noah oder die Oma von Bartisch oder so, oder okay, Helge, einfach noch hinzunimmt, weil die man eigentlich gar nichts weiß. Ja, ich finde, ich fand es sehr kompliziert, aber ich finde, die Produzenten der Serie haben uns ein bisschen schon geholfen mit diesem Wiedererkennungswert. Also diese, dass man quasi wirklich erkennt, okay, der ist der und der. Man muss bei dieser, ich habe das Gefühl, bei der zweiten Staffel, das kannst du nicht schauen, wenn du nebenbei am Handy bist. Diese Staffel fordert so viel Aufmerksamkeit. Du musst dich so konzentrieren auf jeden einzigen Satz der Charaktere und es ist kompliziert. Das fand ich, war jetzt bei der ersten Staffel der Abstand, der größte Nachteil. Es war viel zu kompliziert gestaltet. Ich musste ab und zu wirklich auf mein Handy gucken. Ich hatte da so eine Liste mit allen Charakteren im Internet gefunden. Und wen meinen die jetzt? Weil manchmal wurden Verbindungen nur so in dem Nebensatz erwähnt und dann irgendwie nur so, ach ja, das ist ja mein Sohn oder Charlotte, die Großmutter. Also irgend sowas halt, oder es wurden nur so Fotos gezeigt, wo man dann anhand der Fotos einfach erschließen sollte, wie die Konstellationen sind. Und oftmals habe ich auch die Leute in der Vergangenheit nicht wiedererkannt. Ja. Das fand ich war auch ein Problem. Und manche Figuren, zum Beispiel der ältere Polizist, habe ich lange gebraucht, um das noch zu überschienen, dass der gar nicht 2019 noch da ist, dass der weg ist. Und das fand ich war so, die hätten einfach, entweder hätten die das häufiger klar machen müssen, wer gehört zu wem, oder sie hätten einfach ein paar Figuren rausnehmen müssen, weil es ist, fand ich, viel zu viele Figuren, viel zu kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja vier Familien und die haben dann jeweils auch alle möglichen Familienmitglieder. Und es ist einfach super kompliziert, aber du willst ja auch... Okay, die Zeitreisegeschichte ist ja auch jetzt nicht unkompliziert und es wird alles so zusammengenommen. Das Ding ist halt, die wollen halt eine ganze Stadt darstellen. Und du kannst ja nicht eine ganze Stadt nur mit drei Leuten darstellen. Aber mit drei Familien. Also mit einer Familie sagst du Kompromiss, eine Familie weniger. Aber du kannst ja, okay, nach und nach, aber die sind ja alle, kommen ja in den ersten paar Folgen, ploppen die alle auf und du kommst, bist total überfordert. Also ging es mir, ich war total überfordert, wer ist wer. Und das fand ich war so ein Nachteil. Also ich hoffe, man kennt die Namen für die 3. Staffel oder die legen ihren Fokus zumindest auf eine kleinere Gruppe an Leuten. Ja, also ich finde, sie hätten es echt öfter sagen müssen. Und die haben in der achten Folge, was ich sehr, sehr gut fand, hatten die quasi so eine, so ein Zusammenschnitt aus Fotos, wo die dann gezeigt haben, okay, das ist die Person und dann haben jeweils die, waren dann noch die Fotos rechts und links, dann eben von Zukunft und Vergangenheit. Ja, okay, das hat gehört. Das hätten die viel öfter machen müssen. Weißt du, einfach so ein Zusammenschnitt aus, ne, das ist die Person, das ist die Person. Und vielleicht, dass es heute irgendwie gar nicht mehr darum gäbe, ich weiß nur früher, also ich habe Lost geschaut, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Eine der besten Serien überhaupt. Okay, schau mal rein. Und die hatten auch vorher, hatten immer so, was bisher geschah und hatten die so wichtige Informationen aus den anderen Staffeln, weil es hat irgendwie sechs Staffeln gehabt, die Serie, aus anderen Staffeln so zusammengeschnitten, dass man so die Informationen hatte für die Folge, die jetzt kommt. Ja, das ist echt gut. Okay, vielleicht nehmen wir das ein bisschen vorweg, wenn man denkt, okay, es geht jetzt wahrscheinlich um dieses Thema, was mal von ein paar Folgen Thema war. Aber das hätte Dark auf jeden Fall gebraucht. Die waren einfach, das war viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Ich, wie gesagt, ich werde die gucken, wegen dieser, diesem irre Cliffhanger da am Ende. Und ich würde dich jetzt bitten, dir ein bisschen Gedanken zu machen. Ja. Ach, du möchtest jetzt noch was loswerden zu Dark? Ich möchte noch mein Easter Egg loswerden. Ach ja, ja. Was ich vorhin versprochen habe. Stimmt. Das habe ich dir natürlich noch nicht erzählt, das Easter Egg. Das ist eine Theorie von mir, dass der Regisseur oder vielleicht die Produzenten einfach so ein bisschen Anlehnung zu Mats Mikkelsen hatten. Weil guck dir mal Ulrich an. Ulrich sieht eins zu eins aus wie Mats Mikkelsen. Und Mats ist der Bruder von Ulrich und Mikkel der Sohn. Das ist einfach so einsinken. Ja, okay, die sind ja verwandt, macht doch Sinn. Ja, aber ich finde halt der Name, also diese Namensgebung und dann diese unfassbar Ähnlichkeit zu dem Schauspieler, das ist ein dänischer Schauspieler. Mats Mikkelsen, ja. Das ist vielleicht irgendwie so eine, keine Ahnung. Kann sein, dass sie sich das, ja doch. Ja. Ich müsste jetzt ein Bild von Mats Mikkelsen sehen. Das kann ich dir zeigen. Kannst du rauschneiden, ne? Okay, kann ich rauschneiden, ja. Oh, ich habe kein Google. Egal, gucken wir nachher. Okay. Kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Mach dir Gedanken, eins bis fünf. Fünf ist das Beste. Null ist das Schlechteste. Du kannst gerne auch Komma fünf, Komma sieben fünf geben. Und dann bin ich mal gespannt. Zu der Serie. Und dann bitte, also Bewertung plus Begründung der Bewertung. Ich habe hier verschiedene Begründungen, aber erstmal würde ich mein Rating abgeben. Ich glaube, alles in allem ist das eine gute Vier. Einfach, ich glaube, das liegt an mir als Typ. Ich bin, ich habe diesen künstlerischen Anspruch an Serien, was zum Beispiel, ja, was auch bei Hannibal so war, dass quasi auch jeder, jeder einzelne Shot ein Kunstwerk war. Ja. Und dass du könntest einen Screenshot machen von Dark und das wäre ein Kunstwerk. Das könntest du dir als Hintergrundbild machen. Einfach nur, weil es so schön aussieht. Weil es so, ne, also es hat diesen ästhetischen Anspruch. Und das, das liebe ich an Serien. Natürlich, es war kompliziert. Das ist ja auch ein Minuspunkt. Aber ich fand's, ich glaube, das ist der beste Punkt, den ich habe. Ich fand's gut, dass quasi, das hat man ja bei vielen Serien, dass es Stereotypen gibt, ne. Also es gibt so die Coole, der Streber, ne, der Assi. Und man hatte gedacht, dass am Anfang schon diese Stereotypen da sind, ne. Man hat so diese Franziska, ist so die Streberin, Magnus, der Coole mit dem Joint da. Aber eigentlich kannst du das, das kannst du nicht sagen. Du darfst nicht dir ein Bild von irgendwem aus dieser Serie machen. Weil im Endeffekt ist nichts so, wie es zu sein scheint. Jeder hat ein Geheimnis. Und das fand ich toll. Außer Schalotten. Ja, Schalotten ist einfach rein. Ja. So, ähm, aber ich fand's toll, dass man quasi aus diesen Stereotypen rausgeworfen wird. Dass man das so ein bisschen hinterher fragen muss, wem vertraue ich eigentlich hier? Das stimmt, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich muss sagen, ähm, ich habe gar keinen künstlerischen Anspruch in der Serie. Okay, gut. Mir reicht auch so eine Folgebank Theory. Wenn da die Wohnung gezeigt wird, finde ich schon Kunst genug. Ähm, es ist auf jeden Fall, haben die dieses Zeitreisethema auf eine elegante Weise dahergebracht, wie sie ziemlich neu ist. Ähm, diese, auch diese Geschichte, ein Junge taucht in irgendeinem anderen Jahrzehnt auf. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Fokus drauf gewünscht, weil ich fand das echt spannend. Und das war, ähm, das Ding. So, der größte Nachteil halt, also Atmosphäre, so, hab ich gesagt, fand ich ein bisschen übertrieben. Kann nicht sein, dass es überall dunkel ist, dass es nur am Regnen ist. Ja. Ähm, es war halt oftmals, am Anfang war es ziemlich zäh. Bei, vor allem die Folge ging auch so eine Stunde. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, so nach 45 Minuten kam so, fast in jeder Folge so ein Lied. Und da wurden so alle Figuren gezeigt, ohne dass irgendwas gesagt worden ist. Da dachte ich so, das lässt die Folge jetzt schön ausblenden. Und dann war Cut. Und dann ging es nochmal zehn Minuten weiter oder so. Und das war viel, also, das war zu lang. Das finde ich eigentlich cool an Serien quasi, wenn die dann nochmal so eine Art, ähm, also das war ja immer ein Voice-Over von irgendwem, der dann über allgemein, wie, wie schlimm doch Schicksale sind und wie schlimm die Zeit ist und was sie alles tut. Und das hätte man schön ausblenden können. Genau, und dann hat man quasi irgendwie jede Person nochmal gesehen mit ihrem Schicksal dann, das, was die nach der Folge hatten. So, aber, ähm, dann hätte man vielleicht noch so eine, eine kleine Szene machen. Aber nicht die zehn Minuten, wie du schon gesagt hast. Ja, das war, also, ich weiß nicht, das hat so gezwungen gewirkt immer. Ja. Ähm, ja, ich finde, also würde ich jetzt nur die letzten vier Folgen manchmal bewerten, wäre meine Wertung, glaube ich, viel höher. Aber auch, dass die ersten Folgen sich so gezogen haben, indem dann nur irgendwelche Verhältnisse geklärt worden sind. Und ich fand jetzt nicht wirklich mega Spannung aufkam. Ähm, hab ich ein bisschen niedriger angesetzt als du. Okay. Ich hoffe schon, dass ich nicht von Dark-Fans auf der Straße jetzt bespuckt werde. Äh, ich würde der Serie 2,5 Punkte geben. Und dann hätten wir 3,25 insgesamt für Dark, die erste Staffel. Und die Serie wird sich auf dem vorletzten Platz wieder einfinden. Aber hey, immerhin, ähm, High Seas mit 2,5 Durchschnittspunkten überholt, aber knapp, ähm, unter Hannah. Platz 1 bleibt immer noch Haus des Geldes, Staffel 3. Das ist auch eine sehr gute Serie. Gibt's auch übrigens natürlich hier im Podcast. Das war der letzte, den kann man sich, ähm, gerne anhören. Zweite Staffel, du hast sie geguckt, kannst du dir empfehlen? Soll ich mir die angucken? Mach das auf jeden Fall. Weil, also sie ist sehr kompliziert, du musst dich wahrscheinlich noch mehr konzentrieren, also alle Leute hier Handy weglegen. Mehr konzentrieren als in der ersten Staffel, aber es ist spannend. Es bleibt spannend. Ähm, dann werde ich mir angucken. Ich glaube, es ist schon so eine dritte, ähm. Genau, angesagt worden. Das ist die letzte, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe auch gelesen, es soll die letzte sein. Aber die ist auf jeden Fall, ähm, Produzent. Das würde dann ja wieder mit dieser Dreifaltigkeit passen, ne? Diese Vergangenheit gegen Wahl-Zukunft. Ach, ja. Ne? Also wenn die so Meta-denken, dann Respekt. Also wenn die, wenn die in der dritten Staffel so Meta-denken und Charlotte immer noch vorkommt, werde ich mir die zweite angucken. Ähm, danke, dass heute mein Gast warst. Äh, sehr interessant. Dankeschön, dass hier sein Nubel. Noch, wenn ihr sagt, ich habe Dark durchgeguckt, ich habe, ähm, Stranger Things durchgeguckt, ich habe alles durchgeguckt, was es auf Netflix gibt. Ähm, dann kann ich euch, ähm, mal ein ganz anderes Medium empfehlen. Am 3.11. würde ich euch empfehlen, Radio Bonn Rhein-Sieg einzuschalten. Ich konnte nämlich vor TV-Ausstrahlung den Sat.1-Film Mörderische Tage angucken, ähm, und habe darüber eine Rezension gemacht. Also, 3.11.20 Uhr, Radio Bonn Rhein-Sieg. Und natürlich empfehlen alle Folgen, die es, äh, auf diesem Podcast gibt. Wie schon gesagt, äh, Haus des Geldes war die letzte Folge. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Macht noch, was ihr heute noch so machen wollt. Oder wenn ihr schlafen wollt, dann schlaft. Oder guckt die zweite Staffel. Oder guckt jetzt sofort die zweite Staffel. Ähm, danke. Ciao. 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 Vielen Dank.